Herzlich Willkommen zu Let's Play Together Call of Duty Modern Warfare 3. Let's wait? Let's wait for Christmas together with Dimisai in Modern Warfare 3. Und wir spielen, ja. Es tut mir aber leid, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Mein Name ist Dimisai. Ich bin 98 Jahre alt und spiele jetzt mit dem Kai 07. Wenn du 98 bist, dann brechen wir am liebsten ab. Ich will nicht, dass du wegen mir jetzt abkratzt. Wegen dir? Ich kratze wegen dir ab, weil du mir nicht geholfen hast, ja. Alter, AOE ist Geschichte. Ja, ja. Wir spielen jetzt MW3. Ich habe das schon lange nicht mehr angefangen. Genau, Modern Warfare-Reihe habe ich seit September nicht mehr gezockt. Wir haben Dezember. Bitter, bitter, bitter. Und wir haben gerade ein Piepen gehört. Das ist kein Hex, sondern wir spielen mit Foffchanger. Oh mein Gott, ich informiere Steam und du kriegst jetzt eine VAC-Bahn. Was unfair ist was? Ist unfair, weil du mehr siehst als ich, also du kriegst jetzt eine VAC-Bahn. Alter, Mann, die Hu... Okay, ich hätte jetzt beinahe die Entwickler beleidigt, aber deren Pech, wenn sie sowas nicht... Die sind scheiße, die Kunden. In Black Ops 2 gibt es das in den Optionen, Foff zu ändern, aber Infinity Ward ist ein bisschen da. Ja. Ich bin gleich im Spiel. Ich glaube, es ist so langsam, weil wir aufnehmen. Waiting for other player. Ne, ich bin so langsam. Warum? Na, weil ich keinen PC habe. Echt? Ich muss erstmal gucken, ob überhaupt meine Grafikeinstellungen passen, ne? Okay. Ich habe jetzt gerade alles auf HD gestellt, ne, weil ich habe eine Grafikkarte geschenkt bekommen. Also nicht geschenkt, aber zum Testen. Okay. Das läuft alles lössig. Wunderbar. Ach du Scheiße, ich habe vergessen wie das Spiel geht. Hä? Wie wechsel ich in die Waffe? Ach, ich habe keine andere Waffe. Oh. Nicht Messern. Hä? Das Spiel ruckelt bei mir. Ich habe 30 FPS eingestellt, aber irgendwie... Jetzt hast du es vergessen, noch zu stellen. Du bist ein Kunde. Wieso muss ich es hochstellen? Demi, warum muss ich es hochstellen? Na, weil ich glaube, äh... Na gut, 30 FPS geht eigentlich noch. Ja, ist auf 30 eingestellt, aber das Spiel ruckelt und er tut es auf 60 hoch machen. Und nicht wegen mir. Und doch. Ich stelle das gleich um. Das kommt davon, Kinders, wenn man keine Testaufnahmen macht. Ja, das ist ja kalte 7, ey. Ach so, ich habe mich gerade gewundert. Ich dachte, bei mir kann... So, ich nehme wieder auf und ruckelt es. Sieht flüssig aus. Es ruckelt, was ist das? Egal. Holz PC. Wie ist unsere Taktik jetzt eigentlich hier? Gar keine. Hier gab es mal einen Glitch. Ich stand schon mal da oben auf dem Satelliten-Scheiß, ne? Echt? Also da oben, wo sich diese Antenne dreht. Dort stand ich mal, ne? Okay. Weil jemand gehackt hat und der hat mir dann irgendwie nur Clip gegeben und so einen Scheiß und dann konnte ich rumfliegen. Okay, ja, dann ist es keine Kunst. Ich weiß, aber lass mich doch mal so tun, als wäre das gewünscht. Lol. Ich lass dich mal abrecken, ne? Warum? Ja, aber wenn du abregst, ist das doch vorbei, das Spiel, oder? Wenn du mich hochhebst? Nein. Wenn ich wirklich abrecke, ja. Toll, dann habe ich ja gleich schon verloren hier. Fick dich. Hallo, Mann, das ist nicht so wie in AOE 2. Wo ich dich einfach mal retten kann. Ja, das Spiel ist so, ich will ja nicht wieder lästern, aber... Naja, ich sag nichts mehr. Es ist einfach. Oh, Mann, oh, ich dachte ich kann nach wo. Ich hab dich vielleicht gerade probiert. Ich kenn hier, wo... Ich wisse, wo ich mich hier verstecken kann, ne? Verstecken? Ich hab F5 gedrückt, falls du jetzt weitermachen willst. Ich seh's, ne? Guck mal, hier bin ich eigentlich immer meistens bei den Multiplayer-Matches. Du kleiner Glitcher. Du weißt schon, dass Leute so Leute wie dich hassen. Das hab ich zuerst entdeckt. Okay. Oh mein Gott, sie haben Sprengsätze. Oh Mann, ich hab mich schon an CSS gewöhnt, wo Q die Waffe wechselt. Kommst du klar, Junge? Natürlich. Natürlich. Dann lass ich mal alles auf die Zucker. Was frene? Пр payung und fly. ori z team. Es dass ist ja... Das bin ich. Alter, ich bin auch CS-GO irgendwie gewöhnt, also ich komm grad irgendwie damit nicht klar. Alter. Luftunterstützungskammer, da hol ich mir doch gleich mal was hier. Munition hab ich noch genug. Ach nee, ich hol mir, wieviel Geld braucht man für so ne... Predator? Nicht Predator. Wie hieß denn das Teil nochmal? Dieses Geschütz, genau, Granatengeschütz da. Kommst du mit zu mir? Ja. Und campen? Nee. Ich lauf immer durch die Maps. Campen ist doch behindert in den Modus, dann verkackt man. Verkackst auch, wenn du nicht campst. Ja gut, ich lauf auch mit rum. Kannst doch da bleiben kurz. Was? Kannst ja da für ne Weile bleiben, mir ist es egal. Ja, aber wenn du abregst, dann... und ich bin nicht in der Nähe, dann war's das, ne? Du hast ja bisschen Zeit. Sprava! Tschö, der Chibi ist auch nicht zusammen. Tschö. Der Chibi ist auch nicht zusammen. Super. Mit dem ihr improvisiert nur, er kann kein Rossisch. War ein Scherz. Ich bin nicht Rossisch, du Assi. Das heißt, ich kann kein Rossisch. Hä, ich dachte du bist Grieche, weil du Dimitri heißt. Franzose, weil ich Dennis heiße. Ein Hobbib. Franzose, genau. Mein Name kommt aus Frankreich, Mann. Ist eher auf Fallmongon, ey, Schatz. Franzose, ey, was hast du denn hier verloren? Die können doch keinen Krieg führen. Ja, das... Was? Ja. Du bist kein Deutscher, deswegen ist der Witz bisschen daneben. Ja, ja. Predator kostet 2500, Alter, was für ein Scheiß. Ich dachte ich hab 4000 in Erinnerung. Ah, warte mal. Extrem... Stalker brauch ich auf jeden Fall. Soll ich dir was sagen? Ich hab mir bis jetzt noch gar nichts gekauft. Brecks ab. Ey, weh den Brecks ab, Alter. Ich will abwecken. Oh shit, Alter. You motherfucker. Hä? 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 Timmy, ich bin tot. Timmy, ich bin tot. Mich haben Hunde ab... äh... Ey, wo bist du? Nein, nein, ich steh schon wieder. Passt, vergiss mich. Hä? Ich wusste... Ich dachte, in Multiplayer können die Hunde eigentlich erwischen. Egal, ich hab dazugelernt. Was kann man in Multiplayer... Ich dachte, die Hunde können einen in Multiplayer nicht können. Weil immer hab ich Instant E gedrückt und dann hab ich ihnen das Genick gebrochen. Ich dachte nur im Singleplayer zerfleischen sie einfach. Ich hab keine Munition mehr. Was? Geschütz deaktiviert. Wer... Was scheiße war das? Ach, das dumme... Boah, das... Dumme... 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 Kein Geld mehr. Hast du Geld? Ach, 1200. Kauf dir mal einen Marketer oder so'n Scheiße, damit wir die Scheiße da oben zerstören. Ist da ein... ist da ein Juggernaut? Ja. Hab kein Geld mehr für... Alter, es ruckelt. So... Was? Ich krieg nur 800 Bonus? Was für'n Scheiß? Ich weiß nicht... Was weißt du nicht? Soll ich weiterhin 60 FPS aufnehmen? Ich weiß nicht, ob die Festplatte reißt. Kann's doch in 30 probieren, wenn's jetzt nichts verbessert hat. Ich weiß nicht, ob's was verbessert hat. Meine bisschen schon. Es ruckelt nicht mehr so arg. Alter... No Money. Ich bleib bei dir und nimm die Runde. Okay. Okay. Das überleben wir eh nicht lange, sag ich dir jetzt schon. Ich hätt' ja gedacht, wir campen da oben, aber da oben ist Scheiße. Ja. Und doch hier drinnen campen ist doch nicht schlecht. Mhm. Falls es hart auf hart kommt, ne? Ja. Von beiden Seiten absichern. Ja. Schüttes Gesau. Alter. Ach, hier kann man sich ja sogar noch hinlegen. Wie fortschrittlich das Spiel doch ist, ne? Ja. Nein! Du Wichser, Alter! Du stehst wieder, oder? Ja, ich steh wieder. Aber kein... keine Waffe. So, ich hab jetzt wieder mal eine AK. Ich hab nicht mehr viel Munition. Ich auch nicht. Soll ich einen Patron aufstocken? Naja, doch. Ich glaub das ist doch gut. Ich hab's gemacht. Also wir campen jetzt glaub ich da drinnen, weil jetzt wird's gerade knapp, ne? Hä, das sind noch die ersten Runden. Ich hab immer bis 15 oder so durchgehalten alleine. Ja, aber das sind die ersten Runden aber auf einer schweren Map. Ist schwer reingestellt. Ach, echt? Nach der vierten Welle kam doch schon ein Helikopter. Ist immer so. Nö. Ich bin, glaub das ist schwerer gewohnt. Jetzt würden sich bestimmt hier ein paar aufregen. Oh, du campst ja. Ja, mich regts halt auch auf. Ich hab mal mit jemandem COD gespielt, das war sogar noch auf der Xbox. Ich find campen so low und so langweilig. Wieso macht man das bei CSGO? Ja, nee. Bei Bots halt sich ne Ecke suchen und denken, jetzt mach ich die da fertig. Ist doch voll langweilig. Ja, bei mir ist nix mehr auf meiner Seite. Ich bin jetzt sehr low. Du hast sehr viel friendly fire begangen. Hä? Bisher. Wo denn? Wo steht denn das? Man hört's und man sieht's. Ich hab überhaupt nix gebangen. Ich hab mir jetzt die AK geschnappt. Ich kaufe mir jetzt ne LMG, die kosten die Scheiße. Ich kaufe mir nie Waffen, ich sammle immer dafür. Das ist auch was dich hier hinterlassen. Aber ne LMG mit einer LMG rennen die Typen da rum. Das ist das Problem. So, LMG. 7000, Alter. Kack. Kack. Aber ich bin dafür schon Level 50, ne? Kack. 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 Ich wollte mir doch eigentlich nur Claymore kaufen. Ja, wo ist denn der Bastard? Tutt! Ey, ich muss echt aufhören dieses Scheiß so zu sagen, ey. Ja, ich kenn das wenn man sich zu sehr dran gewöhnt. Das Friendly Fire war übes unabsichtlich Ich weiß Ich denke mal nicht, dass es deine Absicht war Du hast mich abgeschossen Echt? Sorry Sah einem OP hier nicht so aus Du hast gerade gesagt, nicht auf mich feiern Ja, ich habe es gehört So 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 Hey, ich habe mich schon übelst dran gewöhnt bei CSGO auf F zu drücken und mir die Waffe anzugucken Ja, ich kann ich Was hast du gemacht? Irgendwie bin ich abgeregt, hilf mir Mach mal! Ich bin abgeregt, hilf mir zu drücken und mir die Waffe anzugucken! Scheiße, Alter! Hiiii! Ich bin abgeregt, hallo! Ja Dankeschön Ich heile mich da, da sind immer Gegner angekommen, ne? Ey, hier drin ist auch ein schönes Haus. Ich brauch jedenfalls, brauch ich irgend so ein Teil, wo man, wo man... Wo man sicher ist von dem scheiß Helicopter, ey. Ja. Ist mein Geschütz gut? Nein. Nein, das wird zu hören. Warum sind hier Leute reingekommen? Alter, du scheiß Kö... Oh, ich kann mir meine LMG holen. Fett. Junge. LMG, was hol ich mir? Äh... Abgeben? 500 Dollar oder was? Ne, ich will gar nichts ab. Ach, 500 abgeben, das ist dann mein Tresor oder was? Das hab ich noch nie genutzt und das kenn ich nicht. Keine Ahnung, ich kenn das auch nicht. Ich hol mir jetzt trotzdem mal eine LMG. Was hol ich mir? Äh, PKP Pesh King oder MK... Ich hol mir mal die letzte, MG 36. Okay. Für die Wichser hab ich eigentlich immer Predator hergenommen. Oh scheiße, Gegner sind auch noch da. Fuck. Fuck, das hat wenig Munition. Alter, die ist ja scheiße. Fuck, ich laufe beiden Predator in... äh... Juggernauts in die Hände... oder auch nicht. Passt. Passt. Passt, passt, passt. Stirb du Wichser! Für zwei Pfannen sind auch wichtig. Ich kümmere mich mal um die scheiß... ja, Helicopter's down. Soll ich dir helfen? Passt. Sicher. Ist dir ganz sicher? Ja. Nee, ich kann dich da nicht abrecken lassen. Ich bin hier mir kurz mal kurz das Spiel... Festplatte geht noch, wir nehmen weiter auf. ACR for the King? Frebs hat irgendwie aufgehört aufzunehmen, jetzt nehme ich wieder auf. Voll der Bullshit. Was für ne schlechte Ausrede. Ich hab schon besseres gehört. Was für ne Ausrede? Was ist so? So schnell weg? Good work, gentlemen. Also, irgendwie waren meine Claymores gut, oder? Wie schnell? Die stehen aber noch alle da, das ist voll krass. Ich hole mir jetzt hier Fingerfertigkeit. Schnell nachladen heißt das für dich, ne? Nee, ich spiele Englisch. Hä? Warte, warte, wiederhole nochmal. Du hast Fingerfertigkeit gesagt und für mich heißt es wie? Weiß ich nicht, ich hab gesagt... Ich hab's dir einfacher gesagt. Ich hab... Das heißt für dich, dass ich schneller nachladen kann. So, okay.